Heute das Blackview BV9000 Pro. Aber fange ich mal von vorne an und unboxe das Ganze erstmal. Das Handy selbst kommt ja später im Detail. Eine Ersatzfolie für den Screen ist dabei. Ein paar Seiten Text. Ein SIM-Kartenpricker und ein USB-C Adapter von Micro-USB. Ein Fingerring, den klebt man hinten auf das Handy und kann ihn dann als Stand benutzen oder den Finger durchstecken. Dann verliert man das Handy nicht mehr so schnell. In China ist das voll in. Dann ein USB-C nach USB-Buchseanschluss, zum Beispiel für einen USB-Stick. Ein USB-C Ladekabel. Ein Ladegerät mit bis zu 12 Volt und 2 Ampere Ladestrom für schnelles Laden. Ein bescheidener Kopfhörer mit 3,5 mm Klinke. Und Apple-Like ein Adapter von USB-C auf Klinke, da das Phone selber keine Klinkenbuchse mehr hat. Das BV9000 Pro ist selbst ein Gigant. Ein Viertel Kilo ziehen jedem die Hose runter, der keinen Gürtel trägt. Es ist aber auch massiv. Eine Displayfolie ist vorinstalliert und schützt das Gorilla 5 Glas. Warum ein kratzfestes Glas verbauen und dann eine Folie drüber machen? An den Seiten sind Metallapplikationen, die sehr gut verarbeitet sind und sich sehr wertig anfühlen. Kein Plastikmüll, sondern echt solide. An den Kanten ein paar Rillen, damit man es gut greifen kann und Eckenstürze abgefangen werden. Oben erkennt man noch Kamera und Sensoren, unten das Mikrofon. Die Stecker oder Buchsen sind hinter Verschlussgummis, damit die IP-Schutzglasse realisiert werden kann. Auf der Rückseite ist noch eine Metallplatte, die die Kamera und den Fingerabdrucksensor schützt. Wo andere die Gehäuse zusammenklipsen, sind hier jede Menge Schrauben verbaut. Der SIM-Slot-Pricker hat auf der anderen Seite einen Haken. Damit bekommt man die Dichtung leicht raus. Naja, zumindest leichter. Der SIM-Kartenhalter ist typisch für Dual-Nano-SIM. Oder für eine Nano-SIM und eine Micro-SD-Karte. Dann entfällt aber die zweite SIM. Ich mache nur eine SIM rein. Und danach muss man das Ganze wieder ganz, ganz fest verschließen. Damit der Gummi gut und wasserdicht drin sitzt. Auf der Unterseite befindet sich hinter einer Dichtung der USB-C-Anschluss. Sehr tief im Gehäuse. Und damit nur mit den extra langen USB-C-Steckern zu erreichen, die im Lieferumfang dabei waren. Ein normaler, handelsüblicher Stecker geht da nicht rein. Also immer schön vorsichtig mit den mitgelieferten Steckern und Adaptern und keinen verlieren. Mach' ich's mal an. Es wechselt automatisch von Englisch auf Deutsch für die erste Installation. Sehr cool. Und auch ohne weiteres ist das deutsche Tastatur-Layout drauf. Die Einrichtung verläuft unspannend und Android-typisch. Der Blackview-Skin ist recht dunkel. Die normalen System-Icons sind rundlich und mit einem metallischen Look versehen. Ab Werk ist wenig Junk drauf. Google-typische Sachen und eine Kompass-App zum Beispiel. Aber sonst kein großer Müll. Schon während der ersten Installation von Apps meldet sich das System, dass ein System-Update zur Verfügung steht. Schön zu wissen, dass Blackview zumindest ein paar Bugfixes durchführt. Ich denke jedoch nicht, dass Patch-Level-Updates zu erwarten sind. Ich lasse das Phone also mal alles laden und teste in der Zwischenzeit den Fingerabdrucksensor. Habe ihm meine beiden Zeigefinger beigebracht, da seine Lage dazu am besten geeignet ist. Die Erkennungsrate liegt über 90% und er kommt auch aus dem Tiefschlaf in ca. einer Sekunde hoch. Nur ab und zu überlegt das System dann doch drei Sekunden. In der Zwischenzeit ist das System geupdatet und meine Tests-App drauf. Sofors Antivirus findet die Kompass-App als, naja, fragwürdig zumindest. Findet aber sonst keine Probleme im System. Das gleiche sagt Antivir. Alles grün. Etwas erschrocken war ich dann von den nur 5-Finger-Erkennungssystemen. Nicht, dass ich 10 Finger auf dem Display überhaupt unterbringe. Jedoch ist es schon so ziemlich Standard. CPU-C zeigt, was die Verkaufsdaten auch schon gesagt haben. P25 Helios, 128 GB Speicher und 6 GB RAM. Kein Root. Sehr gut. An Sensoren wird eine Menge angezeigt. Von der Performance her lässt der P25 keine Wünsche offen. Ich kenne ihn schon aus anderen Geräten und habe ihn täglich im Einsatz. Dem ging noch nie die Luft aus. Entsprechend liegen auch die Benchergebnisse von 3DMark, Geekbench und Antutu. Jetzt aber ab zurück zum Wassertest vom Anfang. IP68 soll dicht gegen dauerhaftes Untertauchen sein. Und das ist es auch. Und das ist es auch. Selbst das Display lässt sich unter Wasser noch bedienen. Als ein solches Auto-Handley muss es natürlich ein Feature richtig gut können. Ortung. Nebenbei, das Display spiegelt, ist mir nicht neu. Und ist hier natürlich auch nicht anders. Also schauen wir mal, wie schnell eine brandneue App, die das erste Mal Zugriff auf die Ortungsdaten hat, braucht, bis der 3D-Fix steht. Das Video ist an dieser Stelle in Normalgeschwindigkeit und nach 10 Sekunden ist der Fix völlig ständig da. Die Genauigkeit ging nur noch auf 2 Meter runter. Viel besser geht es nicht. Fazit. Wer wirklich was Robustes sucht, das schnell ist, einen großen Speicher hat und dem noch lange nicht die Luft ausgeht, dem kann man dieses Gerät ans Herz legen. Für den Alltagsnutzer eher jedoch weniger aufgrund des Gewichtes. Demo-Fotos von der Kamera gibt es auf meiner nextgeneration.technology Website. Für den Alltagsnutzer! Vielen Dank.